Ich bin hier in Toronto beim Railway Museum und vis-à-vis von Cientown. Es ist Mittag, 21. Oktober, seit 2015, Mittagessen. Das Wetter starrst du gewünscht, aber wenigstens zu suchen. Heute sind wir 13 Uhr. Dann am Cientown. Wir sind da. Das ist ein paar Jahre. Das ist die Nachbarn. Das ist die Nachbarn. Sie haben die Hände, die in der Nähe des Händen. Sie haben diese Hände. Die waren bis zum Ende der Zeit. Also liebe Grüß, ist der Mann.